Ich seh nix. Mann, nee. Diese Kameraführung. Das ist der absolute Hammer. So, jetzt kommt er aber hier hoch. Ähm, wenn ich mich gerade völlig blödsinnig anstellen würde. Das ist doch so was. Auw. Überraschung. Das ist doch so was. Auw. Oh, verdammt. Auw. Verdammt. Au, was zum... ...Kammerstund. Ich schaff's schon noch. Geh doch. Warum nicht gleich ziehen? So, lass mich durch die Tür. Ah, dann schweiß ich wieder einen auf mich. Weg. Da komm ich nicht durch. Schau mal rein. Blö. Hier muss ich durch. ... ... ... ... ... Ich bin ganz wach! Ja, klar! Das ist natürlich nicht angreifbar, es war eine komische Feuerwehr. Das ist ja so, dass sie vom Motorrad getestet werden. Das ist so einfach, einfach auszulaufen. Und das Geile ist, im nächsten Raum stehen zwei von dem. Das ist überhaupt ein Schnervtöl. Schon besser. Ach, diese Ruhe. Oh, wir sind ja schon da. Natürlich. Aber das sind erst mal nur die Natan. Die sind genauso nervig. So, ich kann euch ein ganz tolles zeigen, bei zwei. Ich kann sie nicht mehr schlagen. Ich kann sie nicht mehr schlagen. Ich verlebe. Ich soll immer was zusammenhalten. Na endlich. So, was haben wir? Eigentlich diese Art nur lieber fertig. Du weißt ja gar nicht, was das tut. Oder? Doch. Ja, du würdest einfach mal alle elektrifizieren und sonst nichts weiter tun. So, ich muss hier runter, ne? Ja. Und hier kam ich ja auch. Ursprünglicherweise. Hey, schmeiß den hier mit Messern. Okay. Das ist der Raum. Ja, gut. Ähm... Der Ich sehe, da schweiß nur einer von denen, die ich ver... Oh ja. Okay. Wo muss ich das gerade von stehen, oder? Oh. Geht weg. Also das hier ist schon sehr viel schwieriger als die anderen. Oh. Habe ich hier irgendwo? Ja, gut. Wunderbar. Das hätte es doch gleich echt böse geendet. Oh, der erste ist doch sehr schnell. Hui. Das war durchaus äh äh gefährlich. Oh. 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 Ich muss da schneller durchkommen. So und jetzt nichts wie raus hier. Äh. Muss ich runter? Ich glaube ja. Nicht hier. Hier. Hier ging es raus. Juhu! Backtracking! Wo lange? Pss, da lang. So. Oh, das arcanische Buch ist neu. Das war bis eben noch nicht hier. Ich habe den Schacht abgebogen. Ach, da lang. Es ist plötzlich so still hier. Was ist los? Mach jetzt nicht auf einen Großangriff vor. Vor mir lag ein neuer Teil der Zitadelle. Es gab noch viel zu entdecken. Ich habe den Schacht abgebogen. Ich habe den Schacht abgebogen. Ich habe den Schacht abgebogen. Untertitelung des ZDF, 2020